Herzlich Willkommen auf Unboxkings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Shakuza City Cobra 2 Im März 2007 veröffentlichte Shakuza mit City Cobra sein erstes Soloalbum. Mehr als 13 Jahre später folgt nun die Fortsetzung. City Cobra 2 beinhaltet 14 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über mehr als Musik und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Bundle. Azad – Goat Das letzte Release von Azad, der Boss 2, erschien im August 2019. Jetzt steht das 10. Album des Frankfurters an. Das Akronym Goat steht für Greatest of All Time. Die Tracklist wurde noch nicht bekannt gegeben, beinhaltet unter anderem aber Features von Farid Bang und Ramo. Das Release kommt über Boss Music und erscheint als CD und auch als Box. Bones M.C – Hollywood Uncut Am 11. September erschien mit Hollywood das letzte Release von Bones M.C. Nach nicht einmal zwei Monaten meldet sich der Hamburger mit seinem nächsten Release zurück. Hollywood Uncut beinhaltet 13 Tracks, Features kommen unter anderem von Fatal, Shalil und Alex. Das Album kommt über 187 Straßenbande und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.